3, 2, 1. Willkommen in Sevilla. Posada Pilatus. Die Wahnsinnsunterkunft. Das ist der Innenhof. Und da unten geht man dann. Die Stirn kommt man auf. Apartment Nummer 4. Einer bei der Tier. Das räumt sich sogar. Tier zu machen. Dann geht es da links. Wo man geht. Licht an. Schlafzimmer. 1 von der Maria. Mit Fernseher. Badezimmer. Wenn man da rüber geht. Schlafzimmer Nummer 2. Von der Anna. Die ist ein bisschen finster jetzt. Da haben wir ein super super. Badezimmer. Mit einer wahnsinns riesigen Dusche. Gehen wir da raus. Gehen wir kurz das Licht abdrehen. Und jetzt wird es sportlich. Da sind wir reinkommen. Und wenn man nach rechts geht. Gehen die Stiegen in ein paar. Aber es hört sich aus. Sportliches Haus. Aber jetzt passt es auf. Schaut euch den Raum an. Da ist ein Couch. Hinten eine hyper moderne neue Küche. Vom aller aller feinsten. Da hängt der Flat Screen. An der Wand. Da hat der Hannes erfreut. Vielleicht. Ja. Mal was zaubern. Tollen Kühlschrank. Badezimmer wieder. Top. Auch mit toller Dusche. Da ist unser quasi Elternschlafzimmer. Super lässig. Und jetzt geht es erst wirklich los. Weil. Jetzt kommen wir da raus. Wir sind in der Ebene 2. Auf unserem Frühstücksloft. Raum mit Esstisch. Schaut euch den Esstisch an. Da haben wir so einen schönen Kastenstein. Mit den Gläser drinnen. Warte, mach ich was von draußen. Das ist unser Esstisch. Und jetzt geht es los. Schaut euch diesen Rundblick an. Der Rasse über den Dächern. Über den Dächern von Sevilla. Feiner geht es ja fast nicht. Glaubt mir. Wenn wir nicht noch eine dritte Ebene hätten. Und da gehen wir nämlich jetzt hin. Ratza, ratza, ratza. Wieder sportlich. Aufi, aufi, aufi. Und jetzt sind wir ganz oben. Wir sind wirklich über die Dächern. Da haben wir die Maus liegen. Eine. Maria. Annie. Elke. Da steht unser Jacuzzi. Noch zugedeckt. Kann man abdecken. Und das ist jetzt der Blick auf die Kathedrale. Da waren wir heute schon. Und hier jetzt ein Abendrundblick. Es ist kurz vor 9 Uhr. Das ist unser Ausblick. Ich glaube ich hole mir jetzt ein Bier vom Kühlschrank. Und nach dem Video haben wir das verdient. Das sehen wir da. Und da bliegt die Uhr. Dass man nicht aufhaut. Auf unsere Mädels. Leon, tschüss. Ciao, ciao. Amigos. Ende. Geil ist da.